Jason, wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin? Ja, ihr geht's gut, dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Nicht ich. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach innen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason, die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Vater des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatao wird dich weiterbringen. Die Gegenrufe wird nach задач vaccines. Noch 20,天 es Lage wird eich neue Qualifikation zu erfahren. Das macht Gott. Taltao wird schэтdig, Bosn, Bosn. Das reine ausgestattet ist ein Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geh! Geh! Du gehst! ICH auf, Captain! Was sind Sie? Was war das? In der Hand ist jemand? Nein! Eine Stripperin, hoffe ich! Mach den Schützer, Kai! Was ist vor Piraten aus auf Himmel? Ich such mir einen Aussichtspunkt. Dieser Hitz, da wäre ich lieber tot. Was ist vor Piraten aus? 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 Er will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt, Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Hier ist eine. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Der Weg! Erdichton! 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 Was ist das denn? Okay, gott! Hey, Dennis. Bin auf der Medusa. Die Raten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Nein.